ARD Text im Auftrag von Funk Er hat Hunger und sind dann einfach zu Meckes gegangen GP, konsulieren wir einfach alles? Machen wir, nicht Aua, entweder fickst du mich jetzt weg und nicht Du wurdest von hinten angeschossen, ja Ja, ich weiß schon Peter, da kann ich dich beruhigen, GP kann dich nicht wegficken ohne Schwanz Nenn ich GP Boah, Alter Was denkst du mal, wie ich GP genannt habe? Gaypenis Eric, Eric, Eric Schieß Habe ihn, habe ihn Ich will die Grapple hoch Er wird weggesniped, er wird weggesniped, er wird weggesniped Er wird weggesniped von Zero Also ich hab nur den Grapple hoch, gell Ey, der Grapple hoch, Traitor, acht auf ihn Pass auf, ja, nur mal so Rex ist proven, der hat mit drauf geschossen Mister hat ihn gekillt, ich hab auch mit drauf geschossen Bleiben nur noch Rex und Ben Ey, Rex ist proven, der hat mit drauf geschossen Achso, warte Ja, bleib eigentlich nur noch Zero Warte, wo ist denn der Tee? Wo ist denn der Tee? Wo liegt denn die Leiche? Ich mock jetzt den Dings um hier, den Zero Wegen seiner harten Sexualität Leute, da war kein Punkt mehr drin Ne, da war kein Punkt mehr drin Moment, da war nur Mist in der Nähe Ja, das ist eigentlich Mister Da ist kein Punkt mehr drin gewesen Ja, okay, Mister, wo bist du? Nein, es ist doch Zero Es ist Zero Das war's mir beim ersten Platz, naja Ein bisschen Alu Akbar muss auch mal sein, das wissen wir inzwischen So ein bisschen geht immer Aber ich finde gut, dass du mir jetzt immer gesagt hast, dass es Zero ist Wo ist er, wo ist er? Ich hab kein Radar Hallo? Pick dich! Na? Läufe Rex einfach unten stuck, der Name Okay Okay, komm Wo bist du? Mach es! Bitte Rex, mach sie beide, beide! Lame, Alter Nein, jetzt hab ich sogar weniger Punkte als der liebe Rex Goldwing Scheiße Lame Platz 1 Easy, Platz 1 Boah, ich hab aber auch den falsch gemacht, weißt du? Ach, Peterken Alles heißt, der Peter, ich geb dir gleich Ach, Zero, nein Peter, 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 Peter Darf ich taurig sein Ich glaub, Zero hat so den Moment, wo er gesehen hat, dass ich T-Kollegen, wenn sie überlegt Ja, ich glaub aber eher, dass Ja, das war alles gerade Leute, ich glaub aber eher, dass Zero Air seine Tage hat Nein, so alt ist er noch nicht Ey, ich glaub, es ist ja kein Ich glaub, es ist ja 1-1 zu mal ziehen und das war in der Power-Round, ey Richtig lame Kann denn alles ans Power-Round kommen? Alles, wirklich Alles Du siehst so viele verschiedene Sachen, dass er jetzt nicht anfängt, alles aufzuzählen Es gibt Tiefdeffmatch, es gibt Headshot-only, es gibt Knife-only Alter, ich bin schon wieder Innocent Halt! Ja, ich hab 10, ich hab 10 Ich hab nicht gesehen, dass er 10 Achtung, Märtyrer, Achtung, Märtyrer Es ist Rex Boah, Alter, das ist so unfeldsmäßig, warum bin ich immer Innocent? Ist er jetzt schon tot? Eric, war da noch ein Punkt drin? Äh, wo ist ein Dings? Ist da noch ein Punkt drin? Warte, Mist, da geht weg, ich bewacht den Ja, wo ist der Eric noch? Ja, klar Wo ist der Eric? Da, wo du nicht bist Du T Äh, Frau Leut, dich krieg ich Oh, hat mir jemand eben zugeguckt? Nee Banane Ah, Ben Da ist Ben Ich musste später so Slowmotion schneiden, was ich da eben gemacht hab Upsalat Banane Ben, wart auf mich Nein, nein, geh weg Geh weg Nee, nee, Ben Ich hab noch ein Messer, ich brauch kein neues Voll voller Arsch Das letzte steckt dir immer noch im Arsch, ne? Ja, aber das find ich geil Nee, Ben, sorry, iss einfach nicht Du weißt, wenn ich Trader wäre, hätte ich jetzt schon längst abge... Äh, Gott Das war ein Schluck auf und du räumst gleichzeitig Boah, Alter, mich juckt so in den Scheißfingern, Ben Du weißt es einfach nicht Du weißt es Ich auch Scheiße, aber wirklich hin Fuck Das ist die Frage Der Hurensohn ist innocent Dann weiß ich, wer's ist Sorry, GP, ich konnt's nicht zurückhalten Äh, das ist Ben Stirb an Aids Das war eigentlich nicht gefeift Warum? Weil du auf den geschossen hast Nein Nein One hit Einfach one hit Alter, hast du grad den zweiten Innozenten weggemacht, Ben Ohne Witz Ja, der hat, der hat da auf Leute geschossen Alter, du bist echt dümmer als mein scheiß Toaster, Junge Alter Nein Was? Das fällt immer, Alter Alter, Alter, Zero, warum Alter Alter Alter, ich bin's nicht Das ist Emster Nein, jetzt hab ich meine Punkte aber richtig hart anergenommen, Alter Wo ist der? Wo ist der? Der ist unter dem Wer ist jetzt, Traitor? Mister Nee, Eric Erich Erich ist Traitor Nee, Eric ist nicht Traitor Fader, warte mal Ey, ohne Mist, sorry, GP Ich konnte es nicht zurückhalten Werde ich beim nächsten Mal auch nicht zurückhalten, Junge Da spritzt es nur so aus mir heraus an Kugel, das glaubst du nicht Ich möchte wieder runter springen Wie beim letzten Mal, wo dein Finger gezittert hat, ne? Alter, das ging aber auch nicht klar Lol 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 Überlebt man den, Freund Sauber Holy shit, ey Komm, du, du springst, überlebst du das Wasser Lol, alter, Eric, was bist du für ein Schimmelbrot Zwei Punkte Alter, wie low ist der denn, der hat zwei Punkte, der lieber Eric Ohne Scheiß So richtig low einfach nur Richtig low Ich bin auf zwölf Punkten runter Führung, Führung Auf zwölf Punkte Boah, Alter, ich bin sogar nur noch dritter, Alter Warum, weil mich Ben das Brot gekillt hat, ey Du, wenn, wenn, noch mal Wenn ich T bin, dann knife ich dich direkt am Anfang der Runde Dann renne ich einfach straight zu dir hin und knife dich einfach, ja? Wenn ich so vorne stehe, dann bin ich einfach nicht, weißt du? Und wenn wir beide T sind? Ja, dann ist es unverhältnismäßig, das wissen wir beide Eric, stopp Eric Kann mir jemanden einen Kado schaffen, einen K17 bitte Was ist denn, Rex? Oh, Ben, oh, Ben, oh, Ben, oh, Ben, oh, Ben, oh, Ben, oh, Ben Alter, warte, warte, ich will erst meine Waffe haben, ne? Dann ist alles cool So Wir spielen das Spiel Wer immer Trader ist, darf den anderen sofort wegmachen Bleib stehen, Ben, komm, bleib stehen Alter, ich bin schon wieder innocent, das ist so unfair Warte, ich muss dir jetzt mal was richtig stylisches zeigen Sind hier irgendwo noch fässer Warum macht ihr denn instant alle fässer weg? Da hinten ist eins Geh weg Zu es, komm Auf mich wurde gesnibed, auf mich wurde gesnibed Ich schneide auf Eric Ganz einfach, aus allem Grund Da oben ist er Der Grund ist einer krank Das sah schön aus Alter, Ben Du wolltest das Stück scheiße Heaven, easy Proven, proven Okay, Ben ist proven Alter, Ben, ganz ehrlich, du bist jetzt für mich KS dran Wenn du snipst Das ist mir jetzt scheißegal Ich bin proven, dann ist es GP Ich bin proven, dann ist es GP Ich schwöre auf Morats BMW, Mr., ich hab den weggemacht Aber da kam irgendwie so ein Friendship Beam oder was? Ne, nicht Friendship Beam, ja, ähm, äh, diese Gravity gar noch in der Richtung Leute, 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 seid mal bitte ruhig, ne? An der Tatsache, dass ich noch am Leben bin und GP sich instant hätte Messer kaufen können Glaub ich eher, dass es entweder Eric oder Mr. ist Hier, guck mal, Mr. hatte diese Explosive-RVP Nee, Eric, Eric wurde von einem Tee angeschossen, also muss es Mr. sein Ja, Mr. weg Mr. ist es 100 Pro, okay Also nicht 100 Pro, aber entweder halt du oder Mr. Oh, verdammt, so eine Flachflöte, mach doch mal, äh Alter, wie leckst du es dir einfach Geht doch Boah, alter Ohne Scheiß, ja, aus deiner Richtung, hab perfekt, genau aus deiner Richtung, dieser eine Teil vorbei Ich dachte, dass er dich verfehlt hat Das war die Spider-Man-Gun vom Dete Nein, was anderes, diese Explosive-RVP, die der, äh, Mr. hatte Genau das ist an dir vorbeigeflogen Da dachte ich, alles klar Ja, an mir vorbei, wenn's an mir vorbeiflägt, du siehst, an mir vorbeiflägt Nee, ich hab nur gesehen, dass aus deiner Richtung kam Da dachte ich dann, alles klar, Rex, ist es Da hab ich einfach angefangen, Yala Yala zu machen Oh, Power-Runde Oh, nee Oh mein Gott, bitte Knife-Battle, Alter, bitte Knife-Battle Ich will mehr Knife Oh, bitte nicht Knife, ich will jetzt einmal Traitor werden und mal Ben-Knifen Die einzige Runde, wo ich Traitor werde, ist natürlich einfach nicht Ist so Oh, bitte, ich will einmal Ben in dieser Runde knifen Oh, Leute, äh, häng Achso, das ist jetzt übrigens gerade die letzte Runde hier Oh, fuck Hängen wir danach noch eine ran, oder? Das werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen, ja, wahrscheinlich Okay, warte Bitte, 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 Traitor Ja, low gravity Wee Ich will gar nicht wissen, was alles passiert ist Ey, warum schießt du auf mich? Hä, hab ich nicht Alter, warum? Jemand schießt auf mich Nein Warum, Peter? Warum? Alter, der einzige Runde, wo ich Traitor werde, war ich auch Traitor Gut, Leute, das war's von dieser katastrophalen Klicke hier Ich hoffe, euch hat's gefallen, wem's gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Vergesst dich, Bens Channel zu checken Vergesst dich, unseren Channel zu checken Wir sehen's beim nächsten Display von TTT wieder Bis dann, haut rein, meine liebe Freunde und haut rein Ciao Ciao Oh, wie alt.